So, heute habe ich eine Solari Udine, Zifra 120. Das Besondere ist, dass sie Stunden hat, Zehnerminuten und Einserminuten. Diese Uhr wurde wahrscheinlich so in den 70er Jahren gebaut und hat die Größe einer Zifra 12. Es ist sowohl Nebenuhr als auch eigenständig laufende Quarzuhr. Ich habe sie momentan auf Quarzuhr betrieben, weil ich keine Ahnung habe, wie man sie per Nebenuhr anschließt, vor allem mit wieviel Volt sie dann funktioniert. Eingebaut war ein kleiner Akku, der leider natürlich hinüber war, aber ich habe über Konrad Elektronik ein Akku-Pack bekommen, das es genauso tut und sogar noch mehr Amperestunden hat, sodass bei Stromausfall die Uhren auch weiterlaufen. Ja, wie man sieht, hat die Größe einer Zifra 12, hat auch Beleuchtung dabei und wie man gerade gesehen hat, funktioniert sie. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Failess.